Erheblicher Sachschaden entstand gestern Abend gegen 22.35 Uhr beim Brand des Führerhauses einer Kehrmaschine im Steinbruch an der Lösenbacher Landstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in hellen Flammen. Eigene Löschversuche der Steinbruchmitarbeiter mit Feuerlöschern blieben erfolglos. Die Lüdenscheider Berufsfeuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte jedoch das vollständige Ausbrennen des Führerhauses nicht verhindern. Durch den Brand wurde auch ein neben der Kehrmaschine stehender Muldenkipper leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet und ermittelt jetzt auch in Richtung Brandstiftung.